Hallo, Hallöchen. Ich bin's, Joey. Das neue Video von Benni ist draußen. Das hab ich schon über Benni gesagt. Das war geil, Alter. Also, ich suche jetzt so lang... Ich suche so lang 10 Fristag. Ja. Viel Spaß. Moin, Leute. Heute mal mit Joey. Nein. Moin, Leute, und willkommen zurück hier aus dem Studio. Heute machen wir mal eine kurze Talkshow-Runde mit Joey. Bei ihm gibt's... Was ist denn dein Problem? Heute mal eine kurze Talkshow-Runde mit Joey. Also, heute, wie gesagt, eine kurze Runde... Was ist denn dein Problem? Heute, wie gesagt, eine kurze Runde... Was ist denn mit dir, Alter? Ich bin zu schlecht dafür. Stell dir mal vor, das ist mein Live-Flow. Okay. Ey, Leute... Okay. Heute, wie gesagt, eine kurze Runde, weil bei Joey gibt's nicht so viel Interessante... Mann. Mann. Das gibt's doch nicht. Heute mal eine kurze Runde beim... Erstmal trinken. Heute mal eine kurze Runde, weil bei Joey gibt's nicht so viel interessante Sachen zu fragen. Aber... Wir fangen trotzdem an mit... Am ersten. Okay. Das war schon mal gut. Das hab ich jetzt geschafft, das ist lustig. Ich werde nicht immer wieder daran ein Kultur Kingspan guy nochека mit euch unter dollar estiver. Doppelten. Oh, hier, aber dann kommt noch ein b penet bang.